Für uns hier kann ich heute reden, Nazis haben keinen Platz hier. Faschismus ist ein Verbrechen und wir in Händen dafür sorgen, dass dieses Verbrechen ein Ende hat. So, der Strucklagestin geht weiter. Du hast die Faschisten, woher du sie findest. Und um die Faschisten zu fassen, musst du auch die Kapitalismus fassen. In meiner Meinung nach. Aus, Ab, 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 Ab! Bleibt zusammen! Bleibt zusammen! Hey, was sollt ihr denn das? Wir sind Frieden! Wir sind Frieden! Wir sind Frieden! Wir sind Frieden! Alleata! Anti-faschista! Alleata! Anti-faschista! Alleata! Anti-faschista! Alleata! 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 Halt! 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 Heu All right that's the best There it's still Umber 1, 2, 3, 4! Raus! Braus! Raus! Schau! Schau! Das war die Faschistik. Ihr seid super Leute! Ihr habt's voll konkret gerockt! Vielen Dank!